halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von wie heißt das spiel fortnite ich habe gerade an mein let's play gedacht sorry ich war gerade ein bisschen verwirrt wir springen gleich raus hat sich beim busfahrer bedankt wie kann man sich bedanken für mich auch bedanken ich habe mich auch bedankt ja da hinten ist irgendwas so i believe i can fly ich kann nicht gut singen ich glaube nicht aber egal müsste mich halt ertragen da sind auch leute ganz schnell in das haus und man gleich sieht man nichts mehr ich hoffe schön noch ein paar lichtschwerter die waren ganz cool wir öffnen direkt erstmal eine waffe das ist schon mal super gibt es auf toilette irgendwas schneemann ach der ist den kann man hin machen der schützt uns dann falls irgendwelche bösen leute kommen ok was haben wir denn hier noch was kann ich hier irgendwas aufmachen ich habe echt manchmal hier ist doch was schönes eine angel das sieht doch nach einer waffe aus jetzt kann ich aber nicht mehr raus ich habe doch dieses hier was ist da xp ok gut ich gehe mal dahin nicht dass eine falle ist aber ok ich glaube ich muss da hin wo der fein mich hinführt also dieser weiße strich hier sind irgendwo leute die ballern rum also schießen und so das kann ich eigentlich alles bauen damit werde ich probleme haben lange 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 ich bin schon mal 69 nicht schlecht ne zumindest nicht letzter das muss schon hart sein wenn man so letzter ist so was ist das für ein trank ah perfekt schutzschild kann ich nicht egal was kann man mit angeln machen ah ich kann bestimmt dann hier so sachen fangen ne oh da kommt einer ok er wollte er wollte sterben ich habe mich nicht aber die waffe ist geil was auch immer das für eine waffe ist eine schruflinte art ja gerade egal egal wir gehen weiter wollte eigentlich noch mit meiner angel spielen aber das ist nicht gta gta sind die leute nicht alle so nett oh hier ist doch was schönes okay gut jetzt haben wir eine neue waffe aber die sieht cooler aus okay die blu hat mich getötet ich bin schlecht egal wir gucken ihr zu gucken mal ob sie sich gut macht oder er sie erst was auch immer es ist das weiß man ja hier nicht so kann man irgendwas machen fortfahren so ich habe boost bekommen zumindest habe ich einen kill das ist schon mal okay so wir gehen auf beobachten und wir gucken mal ich könnte sich melden wieso sollte man spieler melden ja mensch okay jemand schietet aber die ist 75 75er level ja ich mit meinem level 8 oder 9 was ich jetzt bin das ist immer voll viel gehen ja also so läuft der hase der hat auch nur zwei drei waffen und sonst keine aber mensch hätte die andere waffe nehmen sollen ich war ja ja also ich sag schade dass ich nicht gucken kann sie guckt nur auf den bohnen ey also wenn sie platz eins wird dann dann ja dann weiß ich auch nicht also bisschen bauen ich glaube das hätte ich auch noch hinbekommen ich habe leute gesehen die bauen so türme in drei sekunden sind die 22 meter hoch mal gucken ich werde auf jeden fall gleich ein bisschen musik einblenden und mal schauen ob da irgendetwas passiert aber irgendwie ist doch echt voll langweilig die ganze Zeit zu spielen ja also aber es ist eigentlich auch nice also es ist nicht nur langweilig es ist nice aber guck mal das Ding ändert sich das ist ja voll cool was auch immer sie da hat das ist wie dieses dildo oder von pokemon was hieß das dildo dieses pokemon was sich immer ändert kennt ihr das noch dito hieß das nicht dildo ja ok das ist ne heftig war ok hat man was neues gelernt da die waffe gibt ja ein leben hätte sie trotzdem noch mitgenommen für alle fälle Naja, ich bin 55. geworden Jetzt sind noch 38 Leute da Hätte ich sie besiegt, wäre ich auch so weit Ja Manchmal ist das echt langweilig Also so zuzugucken, weil mir nichts passiert Ich fand das mit den Lichtschwetern eben richtig geil Ja So ist das Meine Schüler spielen besser als die Komm, die chillt jetzt einfach nur ihr Leben Macht nichts Hallo Mach doch was Wenn ich Teammitglieder ankommen Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wegklicke, komme ich wieder Also ich kann gar nichts klicken Okay, die chillt jetzt einfach ihr Leben da Wow Langweilig Buh Na ja Da kommt rechts einer Der erlöst uns alle gleich Komm Der trifft sie nicht mal Was ist das für einer? Oh mein Gott, der Faschist Oh mein Gott Der stand da doch nur Ich meine, ich habe schon verkackt, weil ich ein bisschen schlecht war Aber das ist mega schlecht gewesen Naja Naja Das ist aber auch, dass das so ist, ja Ey Leute, Leute von heute Ey, noch 28, 27 Leute Das wird ja immer spannender hier Und dann versteckt sie sich da noch Wow, das ist so ein Camper-like Style Man kommt dann in diese, äh, wie heißt denn das? Ähm Dieser Kreis, der so immer runter geht Ich weiß nicht, wie der heißt, der Kreis Wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Boah, Sniper ist geil Einen Sniper konnte ich auch immer geil spielen Ja, da ist jemand Ja, wir sind erlöst Und Du hast uns gerettet Wollen wir die Runde noch zu Ende gucken? Hm Okay Ich werde die Runde auf jeden Fall noch zu Ende gucken lassen Mal gucken, wer hier gewinnt Der Sollte auf jeden Fall gelobt werden Und, äh Wenn ihr keine Lust mehr habt Dann dürft ihr auch gerne jetzt ausschalten Ich werde einfach nur noch zu Ende gucken lassen Und, äh, ab und zu noch was sagen Vielleicht nicht wichtig ist mehr Aber Es sind noch 23 Leute da Wir kommentieren mal ein bisschen Also ich weiß, meine Schüler, äh, können gut spielen, ja Ich bin Lehrer, ja Äh, und Ja, ich hab auch Schüler Und einige von denen, den hab ich schon gespielt Ein von denen hab ich heute in FIFA zerstört Also FIFA kann ich richtig gut Vorteil muss ich noch üben Aber die, die hab ich spielen sehen Die sind, äh, schon krass drauf Einige Besonders mit den Bauern Okay, ist das verbuggt oder ist er schlecht? Ja, oder hat er Internetfehler? Könnte auch Immer sein Noch 20 Leute, Leute, Leute Bald haben wir es geschafft Gleich ist es durch Da ist XP Halte, hol dir das Der ist auch ein Level 75er Wir haben alle schon Zech Stunden gespielt Boom Ist da jetzt jemand hinter ihm Okay, er versteckt sich Entweder bleibt das nur hängen Oder ich weiß nicht, was das ist Vielleicht könnt ihr mir das beantworten Er nimmt die Sachen Das ist auch mal interessant, wie andere Leute spielen Ich weiß nicht Guckt ihr euch das an Guckt ihr euch generell an Wenn ihr euch mal jemanden tötet Oder so Oder sagt ihr Ja, lohnt sich nicht Sowieso ein Noob oder so Gewesen Oder hat einfach nur Lack gehabt Passiert ja auch Aber noch 13 Leute Gleich ist es durch 13 Leute Tick-Tack-Tick-Tack Die Uhr macht Klick-Klack-Klick-Klack Noch 10 It's the final countdown Aber das ist echt bug Das ist voll behindert Das behindert uns spät Ja, das stimmt Das ist diese Waffe Die man auf den Boden schießt Oh, Sniper Oh, ein Bazooka Aha Also ich glaube Ich wäre nicht da reingegangen So, wieso auch immer Aber gut Auf jeden Fall hat er So geile Waffen Diese zwei Äxte Die sind nice Oh, noch 8 Leute Schafft er es auf Platz 1 Was glaubt ihr Also Chancen sind da Er hat auch volles Leben Er ist auch im Zentrum Im Auge des Sturms Ah, das war das Auge des Sturms Ich glaube, so heißt das doch Oder? Oder irre ich mich? Ihr könnt mich gerne korrigieren Wenn ich falsch liege So, jetzt versteckt er sich Noch 7 Leute Eine Tom Gun hat er dabei Eine Tommy Oder hat einer ein Lichtschwert Oh, da ist einer hinter Da ist einer hinter Hinterreden Schafft er es Oh, my God Der Typ ist gut Ja Der Typ ist gut Ah, der kann bauen Der kann bauen Der Typ Der hat gute Chancen Ja, wo ist denn der jetzt? Der ist da oben Oben Hoch, 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 hoch Come on Ich gönne ihn, halt Ich komm Okay, aber Der kann auch nicht so So schlecht ist er, ne? Andere kann er einfach nur bauen Und der nicht so Das ist wahrscheinlich Ein alter COD-Gamer Oder So Oder Battlefield Oh Den hat jemand erschossen Der oben ist tot Der ist tot So Platz 6 ist er schon mal safe Oh, aber der da Der da kann schießen Der da kann schießen Oder die da Der da, die da, du da Ah, okay Die kann er auch bauen So, das ist jetzt ein spannender Kampf Wer macht das Rennen? Bleibt es bei dem Typen Oder Macht die andere das? Oh Yo Jetzt haben wir eine neue Jemand neue ist es vorne Ein 57er Leveler Der ein bisschen bauen kann Der heilt sich Oder RCS heilt sich Die Was auch immer das ist Natürlich Das war ein Bazooka Patron Ich hab gedacht Das wäre irgendwas Da das oben Ein Bazooka Patron Ich hab gedacht Das wären so Fackeln Pfeile oder so Noch 5 Leute Wer gewinnt das Duell? Was glaubt ihr? Schafft es diesmal derjenige Der uns getötet hat Dessen Killer Dessen Killer Ja Oh Gegen ein Tannenbaum Yeah Oh Lightsaber Kill Noch 4 Leute Schau Wieso kann man so hoch Springen Ah Das war durch die Reifen Wer macht das? Oh Oh Ich glaub Wir haben gleich Unseren Champion Also Platz 3 Ist schon mal sicher Für die Aber Ja Mal gucken Mal gucken Wer es macht Das hört sich so an Wie bei The Purge Diese Dings Was hat er denn gemacht? So Auf jeden Fall Oh Da ist einer Da ist einer Da ist er Rechts Hast du ihn nicht gesehen? Der ist rechts Von dir Oh 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 Lichtschwert Lichtschwert Come on Come on Lichtschwert Komm Ja Sehr gut Hast du gut gemacht Braver Junge Oder braves Mädel Aber Kein Leben mehr Und so Das ist Kelek 1 gegen 1 One on one Finale Le grande finale Wer macht das? Also Den hat er nicht gesehen Wahrscheinlich Oder Keine Ahnung Ich habe ihn gesehen Ne Hast du nicht gesehen Ne Können sie mich eigentlich hören? Wenn du mich hören kannst Spring mal Can you hear me? Jump Nein Die können mich nicht hören Haha Okay Der verbessert das Oder was auch immer Der macht Ich habe keine Ahnung Aber Im Auge des Sturms Er muss jetzt gehen Ob er will oder nicht 1 gegen 1 Beide verstecken sich Anscheinend Da ist er Oh Da ist das Finale Schafft er es ihn zu snipern Was glaubt ihr? Er will auf jeden Fall Snipern Das ist Ist auch schlau Oh du jocke Oh du jocke Ja Gerade ist die Chance Oh oh wer macht das? Wer macht das? Lichtschwertkampf? Ja Oh 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 Ist er jetzt erster geworden oder nicht? Ach, du bist erster geworden, oder? Spring mal. Jump. Hear me. No. Oder? Ist da noch einer? Hä? Okay, Leute. Ist da noch einer? Wisst ihr das? Dann ist da bestimmt noch einer. Aber nein. Das sind doch... Geht doch mit 100 Leuten. Nicht mit 101. Das ist schon auch mit 100. Ich warte jetzt noch ab. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Mal gucken, bis es aufhört. Ah, okay. Er hat gewonnen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an der Folge. Peace up, ey.